Ist das zu viel? Nee, ist Weihnachtszeit. Braucht ihr eine große Portion Weihnachtsstimmung? Dann habe ich die richtige Person für euch. Tim Allen als Scott Calvin ist zurück in der neuen Disney Plus Original Serie Santa Claus die Serie. Es ist anders. All die Kinder sind jetzt erwachsen und haben aufgehört an mich zu glauben. Und meine Magie schwindet. Zum Wohle Weihnachtens setze ich mich zur Ruhe. Wir haben einen Trauerbegleiter, oder? Wusstet ihr, dass die Tochter von Scott Calvin von Tim Allens echter Tochter gespielt wird? Wow. Es gibt jede Menge Weihnachtsklassiker. Von den traditionellen Storys wie eine Weihnachtsgeschichte. Wir wollen uns auf die Weihnacht freuen. Humbug. Folge mir. Frohe Feiertage. Über fantasievolle Filme wie Nightmare Before Christmas. Nanu, seht her, da ist ein kleiner Baum. Den Sinn? Davon erfasst man kaum. Bis hin zu lustigen Komödien wie die Kevin-Allein-Zu-Haus-Reihe. Ich habe meine Familie verschwinden lassen. Es ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Aber manchmal hat man nicht genug Zeit für einen kompletten Film. Für solche Fälle habe ich auch was für euch. Unsere kurzen Weihnachts-Specials. Überraschung! Hier drei meiner Favoriten. Die Eiskönigin Olaf taut auf. Es ist das erste Weihnachtsfest in Arendell seit Ewigkeit. Ho, ho, ho. Ice Age eine coole Bescherung. Ich möge den Saal mit Moos und Felskraut. Halalala, was ist ein Felskraut? Und was ganz Besonderes. Highschool Musical, das Musical Holiday Special. Weihnachtlicher wird es nicht. Eine schöne Weihnachtszeit und viel Spaß beim Streamen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.